Heute zeige ich euch den Wohnmöbelstellplatz in Steinhude, am Steinhuder Meer. Der schöne Wohnmöbelstellplatz verfügt über 174 parzellierte Stellplätze auf Schotterrasen und erbietet eine Fähr- und Entsorgung sowie ein Sanitärhäuschen. Hier seht ihr das Sanitärhäuschen mit Dusche und WC sowie Waschmaschine und Trockner und es ist eine persönliche Gästebetreuung mit im Haus. So ein schöner Stellplatz, ganz kurze Wege bis in die Stadt, kann man schön fußläufig erreichen. Nach einer längeren Umbauphase ist dieser schöne Bereich noch dazugekommen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Außerdem In Steinhude könnt ihr schön Fisch essen gehen. Diverse Restaurants erwarten euch. In Hagenburg findet ihr die Fischmanufaktur. Hier könnt ihr schön Frischfisch kaufen, Räucherfisch oder Fischsalate oder ihr könnt direkt vor Ort den Fisch verschlemmen. Vom Stellplatz aus sind es 4 Kilometer mit dem Radl. Das hübsche Örtchen Steinhude liegt an der Südseite vom Steinhuder Meer. Vom Fischerdörfchen zum anerkannten Erholungsort gereift. Die Leinfabrik findet ihr mitten im Ort von Steinhude. Hier lohnt es sich auf jeden Fall vorbeizuschauen. Die Leinfabrik Die Leinfabrik Die Leinfabrik Die Leinfabrik Im hübschen Steinhude könnt ihr schön bummeln und essen gehen. Mit dem Fahrrad könnt ihr den 34 Kilometer langen Meerrundweg umradeln. Hier findet ihr auch diverse Cafés und Restaurants zum Ausspannen. Die Leinfabrik Die Leinfabrik Das findet ihr wie gewohnt in der Videobeschreibung. Die Leinfabrik Die Leinfabrik Die Leinfabrik Die Leinfabrik Untertitelung des ZDF, 2020